Die Hoyerswerda Wohnungsgesellschaft wird auch künftig junge Menschen zum Immobilienkaufmann bzw. zur Immobilienkauffrau ausbilden. Deshalb lädt der Großvermieter am 19. November interessierte Mädchen und Jungen, die im kommenden Jahr eine Berufsausbildung in dieser Richtung aufnehmen möchten, zu einem Tag der offenen Tür ein. Ab 16 Uhr besteht dabei die Möglichkeit, den Mitarbeitern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und mehr über das Unternehmen sowie die Ausbildungsinhalte zu erfahren.